Herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind mal wieder in unserem neuen Haus, das immer noch nicht ganz fertig ist. Trotzdem habe ich beschlossen meinen Motor zu machen. Leider schaut es in der Garage immer noch so aus. Die Garage dient als Abstellraum für den ganzen Baustellen Mist, aber es ist jetzt Winter, jetzt ist gerade also einigermaßen kalt raus, dass es sich jetzt lohnt, eine kleine Pause mit dem Moped fahren zu machen und deswegen fange ich jetzt mit dem Motor an. Das ist mein erstes Mal, dass ich den Motor repariere. Die Garage ist besetzt, wie ihr seht, deswegen habe ich noch ein Kellerräumchen. Unter der Garage habe ich noch mal den Raum und den werde ich jetzt einräumen, dass ich hier meinen Motor machen kann und jetzt geht es auch los. Das ist mein erstes Mal, wie ihr seht, wie ihr seht, wie ihr seht, wie ihr seht. Wie willst du es jetzt wieder hoch bringen? Da muss jetzt ja Zukunfts-Homassnachung können, ich muss es nicht mal umgehen. Also die Werkstatt ist schon mal, die Werkstatt halt, der Ort an dem ich meinen Motor reparieren werde. Über den Winter ist soweit mal eingeräumt. Falls noch was fehlt, kann ich es jederzeit noch dazu holen. Ich habe provisorische Tische gebaut. Ich hoffe, ich brauche keine richtige Werkbank, sonst wird es ein bisschen schwierig. Heißluftfön, Schlagschrauber, kleinen Akkuschlagsrauber, Drehmomentschlüssel, dieses Kupplungsfesthalte-Ding, Polradabzieher, so ein Dingsbums hier, für die Wellendichtlinge. Tja, dann... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 So, in einem der letzten Videos habe ich gesagt, sobald wir 14.000 Abonnenten erreichen, verlose ich Aufkleber an 5 Leute. Die haben wir ja erreicht. Die Gewinner gebe ich jetzt gleich am Ende vom Video bekannt. Wer seinen Namen da liest, meldet sich bitte per Instagram bei mir und dann schicke ich euch die Sticker zu. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann und tschüss. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Cause it keeps getting better